Wer wird gewinnen? Er zieht den hier rüber. Dann ziehe ich den hier rüber. Ich wünschte, ich hätte noch andere Pulver, um dieses Spiel interessanter zu machen. Ich hatte heute schon genug Zauberpulver. Schauen wir mal. Um, um, um ganz descriçãoaison. Okay. Okay. Hmm. Mm hm. Hmm. Hmm. Aber Whisper, ne? Endlich hat ihn mal jemand eins ausgewischt. Er ist gar nicht übel, wenn man ihn erst kennt. Wirst du jetzt etwa weich, Graham? Hast du noch andere geheime Allianzen, von denen ich wissen sollte? Nö, nö. Er hat einen Fehler gemacht. Ich müsste meinen drehen. Sieh an, sieh an. Ich könnte ja hierher gehen, oder? Ne, geht nicht. Ich bin ja auch fürs Nachdenken. Aber etwas Entscheidungskraft kann auch nicht schaden. Naja, es soll ja dann funktionieren. Den Drehen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. 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 Ich kann immer nur einen ziehen. Ein Fällchen. Ich hab gehört, du hast ein paar Kobolde getroffen. Stimmt. Üble Kreaturen. Bäh, sei besser vorsichtig bei ihnen. Sie sind gerissener, als sie aussehen. Ich kann mich nicht drehen. Das ist ja das. Ich muss meinen Bauer oder meinen Krieger eben drehen können. So leicht fängst du mich nicht. Das wird ein langer Kampf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich denke ständig an ihn. Sobald wir am Schloss sind, sorgen wir dafür, dass seine Leute, die Duktigianer, bekommen, was sie brauchen. Das ist das Mindeste. Stimmt. Ah, ja, kommt. Okay. Das ist schwierig. Wenn ich den jetzt drehe. Hast du die Regeln vergessen? Ping. Warst du, warst du, warst du im Magierladen in der Stadt? Ja, war ich. Die Hobblepots sind eigenwillig. Ich wünschte nur, sie würden das Potenzial ihrer Waren besser nutzen. Das ist schwierig. Ich wünschte nicht, ihn zu gewinnen. Der erste Gedanke ist der beste, Graham. Das ist nicht einfacher. Interessanter Zug. Langweiliger Zug hier von dir. Wenn ich den hier herfahre. Pensa auf. Dann geht er da, da, da. Ich habe auch schon noch ein Pulverdründchen, oder? Knapp, aber nein. Mhm. Das ist ja langweilig, da, mit dir. Aber ich müsste ihn drehen. Ich muss jetzt... Ich bin ja auch fürs Nachdenken. Aber etwas Entscheidungskraft kann auch nicht schaden. Ja, ja. Da, da. Das ist so schwierig. Was hältst du davon? Nichts. Und davon? So leicht fängst du mich nicht. Kann ich den wieder zurückziehen? Der erste Gedanke ist der beste, Graham. Mhm. Wenn ich Ritter bin, verschwinden zuerst mal diese Socken. Diese Socken. Und zwar. Mhm. Mhm. Den drehen. Schuh, schuh. Der erste Gedanke ist der beste, Graham. Das ist jetzt saublöd hier. Der erste Gedanke ist der beste. Ich muss doch den irgendwie gewinnen. Als Junge habe ich das oft gespielt. Mich konnte aber niemand richtig herausfordern. Er hätte das Ding... Oh, shit. Ich habe das Pulver nicht mehr, oder? Ich habe keinen Pool von mir. Shit. Wir sehen von hier aus zu... Ich habe die allerbeste Aussicht. Ja, okay. Das ist immer noch drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Hilft ja nicht, ich muss. Ja, ich habe keine Angst. Beginnen wir. Das wird immer absurder. Wie oft muss ich dich denn besiegen? Hm. Du gehst dahin. Was hältst du davon? Hm. Darauf falle ich nicht rein. Hm. 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 So einfach kriegst du mich nicht. Das hat dir nicht geholfen. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Und ich passt doch immer nicht auf. Allerdings doch. Katastrophe. Der ist nicht schlecht. 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 Der ist nicht schlecht.